Herzlich Willkommen im Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen. Ich möchte Ihnen jetzt einiges erzählen über unser Zentrum. Mein Name ist Franz Gmeiner-Prantzl, ich habe Theologie studiert in Linz und in Innsbruck und seit 2009 darf ich hier an der Fakultät dieses Zentrum leiten. Es geht um einen Schwerpunkt, der von der Fakultät im Jahr 2000 beschlossen worden ist. Damals hat man versucht, auf die Zeichen der Zeit zu reagieren und auch das, was das Zweite der Vatikanische Konzil sagt, ernst zu nehmen und natürlich auch auf eine veränderte Gesellschaft zu reagieren. Wir liegen ja nicht mehr in einer rein katholischen Gesellschaft oder haben vielleicht auch nie in einer solchen gelebt und es ist wichtig auf die Pluralität der Gesellschaft, auf Entwicklungen zu reagieren und deswegen haben damals die Kolleginnen und Kollegen gesagt, wir müssen das Studium neu organisieren und wir wollen uns orientieren an den Zeichen der Zeit, an religiöser Pluralität, an Säkularität, an interkulturellen Begegnungen und an vielen Fragen, die damit zusammenhängen. Vom Büro, unten in der Stadt jetzt herauf, auf den Mönchsberg, sehen wir die Stadt in ihrer Vielfalt, auch in ihrer gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Vielfalt und das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns mit der Gesellschaft in ihrer ganzen Breite beschäftigen. Also nicht nur mit irgendwelchen religiösen Sonderbereichen, sondern mit der Verletzung der sozialen, politischen, kulturellen, religiösen Gegebenheiten. Wir haben in Salzburg das Glück, dass Theologie interkulturell Studium der Religionen von Anfang an integraler Bestandteil des Curriculums war. Es ist also nicht ein exotisches Thema oder ein Spezialforschungsbereich, sondern alle, die Theologie studieren, studieren eben auch Fragen des interreligiösen Dialogs, der interkulturellen Begegnung, der kontextuellen Theologie, der Religionstheologie und so weiter. Das halte ich für einen Vorteil, weil wir ja auch in der Gesellschaft diese Fragen im Alltag haben und nicht irgendwo ganz am Rand. Man könnte die Arbeit des Zentrums Theologie interkulturell Studium der Religionen mit drei Stichworten charakterisieren. Interkulturell, interreligiös und interdisziplinär. Interkulturell bedeutet, dass das Christentum auf der ganzen Welt verbreitet ist, aber in sehr unterschiedlichen Gestalten. Und es ist faszinierend zu sehen, wie das Christentum in Afrika, in Südamerika, in Asien, aber auch bei uns in Europa ganz auf verschiedene Weise Gestalt annimmt. Und das zu untersuchen, lokal und global, ist der erste Schwerpunkt. Interreligiös ist klar, wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen verschiedene religiöse Überzeugungen oder auch keine religiöse Überzeugung haben. Und hier in den Dialog zu treten, die Religionen zu erforschen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, das machen wir in Lehre und Forschung, unter anderem auch durch den Empfang der Religionen, der jedes Jahr im Herbst stattfindet, immer zu einer anderen Religion und so weiter und so fort. Interdisziplinär, der dritte Schwerpunkt, bedeutet, dass wir ins Gespräch mit unterschiedlichen Disziplinen der Universität kommen wollen. Also nicht nur innerhalb der Theologie, sondern mit verschiedensten Ansätzen und Diskursen, um Fragen, die die ganze Gesellschaft bewegen, zu behandeln. So führen wir zum Beispiel jedes Jahr im Herbst eine interdisziplinäre Tagung durch, um uns Fragen zu widmen, wie zum Beispiel Arbeit, Identität, Mehrsprachigkeit und so weiter und so fort. Der Unipark, vor dem ich hier stehe, symbolisiert ein Stück weit diese Vielfalt an Disziplinen und dieses Gespräch, das wir als Theologien und Kulturellstudien der Religionen mit verschiedenen Schwerpunkten, Fakultäten, Fachbereichen, Disziplinen und dieser liegt! Vielen Dank.